Ja, ja, ich erkenne das Problem. Ja, okay. Wir dürfen das jetzt nur mit... Äh, eigentlich ganz nur Nato, Schneckmark und Remorite. Mehr können das gar nicht schaffen. Die Arena fand ich ganz leicht jetzt im Moment. Oh Mist, ich verlaufe mich gerade die ganze Zeit. Der Speed ist zu hoch. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal ein Save State. So, auf 2. Nicht, dass ich mich gleich ver-save-state und dann... Ja. So, Zielstrahl, das ist K.O. So, du bist auch K.O. Gengar, schneller wie wir. Ich habe eine Idee, wir könnten vielleicht eine Flinkklaue geben. Ja, die Flinkklaue, ähm, Dingens geben. Ja, das wäre gut. Das ist, das ist perfekt. Das ist ein guter Plan. Das ist ein perfekt geplanter Plan. Tanz da. Item nimm. Item, gib. Flinkklaue, so. Mist. Mist. So, nein. Nein. Ja, die Flinkklaue sieht voll dumm aus, aber das ist gar nicht so schwer. Ich darf die Tasten nur minimal antippen. Weil der Speed so hoch ist. Komm, geh rüber. Da, du Jude. Nein. Okay, jetzt packen wir das. Jetzt, jetzt, jetzt bist du tot. Ja, vor allem nach den Gängen kommt ja noch ein Pokémon. One Hit. Das ist gut. Ah. Ne, das geht nicht. Ah, Mann. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Da war ich Lidian. Nein. Ich glaube, ich trainiere jetzt noch eben Remorite. Nach einem Level ab, dann entwickelt sich das. Eigentlich hätte sich das gerade eigentlich schon entwickelt, aber... Sind ja im Kampf gestorben. Dann müsste es eigentlich klappen, hoffe ich mal. Geht ja schnell hier. Mit Octillery sollten wir das dann eigentlich schaffen. Wäre doch wie gespritzt hier. So. Jetzt muss es sich eigentlich entwickeln. Hey, Remorite entwickelt sich. Glückwunsch an. Remorite wurde zu Octillery. Ja, jetzt haben wir eine hässliche, fette Krake. Was hat es denn für Werte? Oh, siehst du geil aus. Oh, Angriff ist gut. Ja, der Angriff ist gut. Der Angriff ist gut. Komm, das packen wir jetzt mit Octillery. Ah, noch eben einen fahren lassen und dann müssen wir es gehen. So, so. Gengar ist down. Ja, wir haben ihn down mit Octillery. Spukball. Gibt der uns einen Spukball, ey. Junge, Junge. Und keiner kann das erlernen. Aber ich meine, ähm, Zatu kann das erlernen. Bin mir nicht sicher. Okay, Octillery ist auf jeden Fall jetzt schon mal gut. Deswegen kommt es jetzt auch ganz nach hinten, da es am wenigsten Training nötig hat. So, die drei, Lidia, Tanza und Schneckmark haben Training nötig. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter und zwar hier lang. Ja, Gehalt haben wir uns, ist auch gut. Hier gibt es wieder eine Menge Trainer zu besiegen. Nehmen wir schon eine Stunde und fünf Minuten auf. Irgendwann gleich wird wahrscheinlich meine, ähm, Festplatte abkacken. Also Speicher voll sein, also nicht wundern, wenn ich gleich irgendwann einfach weg bin. Äh, Mist. Okay, das ist tot. Body check, body check. So, heilen gehen. So. Dann haben wir jetzt einen Orden mehr, den können wir uns gleich, den können wir auch gleich bewundern, hier. Äh. So, aber Lidiaan ist ja, ach, Lidi, ja Lidiaan ist auch richtig. Geht es auch schon zu denen hier. Er ist eigentlich nur noch Schneckmark, dann sind alle Level 20, das ist auch gut. Dann können wir schon zu den ganz starken. So, Glut. Steinwurf. Schneckmark ist auch noch gar nicht so stark, finde ich. Ich finde erst, ähm, Makaku eigentlich stark. Also, Makaku finde ich wirklich stark, wenn ich ehrlich bin. Ach, Mann. Bringt doch alles nichts hier. Ja, Mutter, verpfiss dich. So. Wie schaut denn jetzt unser Team aus? Okay, Schneckmark bleibt erstmal vorne. Äh, weiter hier. Panthimos. Gegen dich haben wir keine Chance. Nein. Ganz klar nicht. Miss Schneckmark ist im Moment auch so schwach. Wo es ja nicht gut attacken kann. Es kann Stein attacken, es kann Feuer attacken, es kann Bodat-Boden-Attacke. Es ist ja nicht richtig stark. Aber es stellt sich halt auch richtig an. Oh, die Werte waren eigentlich auch okay. Ja, jetzt haben wir durch so ein wildes Radikal auch schon wieder Hälfte Leben verloren. Echt geil. Ich glaube, ich bin auch die Aufnahme, weil ich schon wieder keinen Bock auf dieses Spiel habe. Weil ich total die Blähungen habe. Corazon. Gegen dich haben wir auch keine Chance. Oh, bringt ja echt viel. Oh, wie viel das bringt. Ist doch traumhaft, ey. Oh, Mann. Wie lange soll das so gehen? Hey, hilf mal ein bisschen mit Corazon. Kill mich mal. Ja, ist klar. Mhm, Kopfnuss zieht so wenig. Ja, was ist das für ein übermächtiges Pokémon. So. Tillerie, zeig dir mal, wo es lang geht. Ja, hier kommen auch überall nur Wasser-Pokémon, ne? Kann man ja auch richtig geil mit Schneckenmark trainieren. Oh, ich bin überhaupt nicht unfair hier. Oh, Mensch. Ja, hier sind diese scheiß Mülltanks. Hey, ich bin mit Mülltank und fühl mich stark. Mist. Jetzt erstmal in die Stadt da unten hin und dann gehe ich zurück und dann versiege ich die ganzen Trainer hier. Erstmal nur da hinten hin und heilen. Ja. So. Ach, na nee, der will gar nicht kämpfen jetzt, oder? Nein. Oh, scheiße. Ah, was bin ich denn jetzt hier reingegangen? Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr konzentrieren. Ich weiß nicht, warum. Oh, Mann. Ich hab so Bauchschmerzen gerade. In die Leuchtturm müssen wir auch noch gleich rein. Mauti. Wir haben ein Pokémon besiegt. Oh, mein Gott. Haben wir noch nie geschafft. Start mal zu treffen. Nein. Das war's auch schon mit diesen vielen Trainern hier. Die Arena-Leiterin ist ja nicht da. Was sagen? Gehen wir in den Leuchtturm und dann surfen wir nach dieser anderen Stadt hin. So. Äh, kämpf doch. Manu. Du hast einen Noctu. Und ich schlafe. Ja, echt geil. Ich kann gar nichts machen, ey. Echt fairer Spiel. Mhm. Genau. Verlieg gegen uns scheiß Noctu, ey. Kann ich mich hier in den Arsch schieben, ey. Oh, Mann, ich bin so schlecht. Warte mal. Tanzer entwickelt sich auf 31. Sampi und Nato entwickeln sich beide auf 25. Wie sagen, ähm. Träne ich die beiden dann erstmal, damit die sich entwickeln. Ach, ich meine, sie entwickeln sich auf Level 25. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich hab's mal nicht gerade gelesen. Ja, ist jetzt eigentlich auch schon wieder fast eine Stunde, ja? Ja, genau. Oh, ey. Ich schwitze so, ey. Boah. Ja, ist klar. Oh, ey. Wie schlecht. Wie schlecht wollen die noch sein? Fick dich, du Wichser, ey. Noch ein Vulcano. Scheiße. Ah, Mist. Das wollte ich nicht. Vielleicht mal hier noch rumgehen und dann gehe ich ganz nach oben. Also durch dieses Ding da, was Lichtschild. Was, Reflektor? Nein. Herr Was, Buddy, irgendwas? Nein. So, dann geht's hier nochmal nach oben. Hier liegt ein Item. 34, was ist das? 34, was ist das?